Herzlich Willkommen zu der 20-Uhr-Folge Hey Leute, was geht der ruhig und willkommen hier zu einer neuen 20-Uhr-Folge Herzlich Willkommen zu FIFA Mobile 22 Wir sind im Achtelfinale der FIFA World Cup Katar 2022 hier mit Deutschland In FIFA Mobile haben wir uns vorgearbeitet in der Gruppe nach der Gruppenphase Die ersten drei Spiele gab es aufgeteilt in zwei Folgen Habt ihr denke ich mal hoffentlich gesehen Kann ich euch das nochmal hier Doch, wir sind Erster geworden, ja Mit genau das gleiche wie, äh genau das, äh genau das gleiche Tordifferenz bla 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 Alles gleich wie Spanien Direktes Duell gab es in Unentschieden Und ich möchte mich mal einmal ganz durch die Gruppen klicken Niederlande Katar kommt weiter Würde ich in echt nicht so sehen Ich glaube Niederlande Senegal kommt weiter Gruppe B England, Wales, USA, Iran Ich sag England, USA kommt in echt weiter Gruppe C Ich sag Argentinien, Polen kommt weiter in echt Gruppe D Ja, würde ich sogar unterschreiben Gruppe E unterschreibe ich genauso natürlich auch Gruppe F ist Belgien, Kroatien unterschreibe ich auch Gruppe G Und das schreibe ich nicht Brasilien und die Schweizer kommen weiter Und die Gruppe H Boah Portugal auf jeden Fall Uruguay, Korea, Ghana sind halt alles Nationen wo ich sage Ja, haben alle die Chance irgendwie Die K.O. Runde zu erreichen Ich würde jetzt einfach mal sagen Portugal, Korea sag ich Ich sag Portugal, Korea Ja, das wäre meine Entscheidung Wenn wir heute das Achtelfinale gewinnen Gibt es dann in der nächsten Folge das Viertelfinale gegen Brasilien oder gegen Uruguay Und das ist schon heftig, ne Wenn wir gegen Brasilien im Viertelfinale Ran müssen, aber wir dürfen noch nicht damit rechnen Das dürfen wir nicht im Kopf haben Das was wir jetzt im Kopf haben müssen Ist das Achtelfinale Und wir müssen jetzt ran Gegen Kroatia Gegen Kroatien im Achtelfinale Ich bin gespannt Gegen Luka Modric Kramaric und Co Und Bambi startet wieder Ich finde mit Ja, Müller kann in der Ab so 70. 60. Minute mal reinkommen Aber ich finde es so jetzt irgendwie eigentlich ganz nice So wie ich es am Anfang umgestellt hatte Ja, aber so ein Pass ist natürlich direkt Katastrophe Directly Catastrophe Verlieren möchte ich nämlich nicht Weil ich möchte ja auch nach der ersten WM Möchte ich natürlich in eine weitere WM reingehen Ähm In einem höheren Schwierigkeitsgrad Ich weiß nicht, was danach kommt Kommt danach legendär Auf jeden Fall zwei Stufen Nach Profi Gibt es ja noch zwei Stufen Hoppa Ne Boah Da Da hat man ein bisschen Glück Dass der Ball da nicht aufs Tor geht So Serge Geh mal Zeig mal was du Zeig mal was du kannst Ein Freistoß wichtig So Kimmich Pass auf Und hör auf rumzumeckern da Kein Abseits Kein Abseits Timo Werner Mit dem Abfluss Und mit der rausgeholten Ecke Also das ist schon Die ersten Minuten Man merkt direkt Es ist was anderes Als in der Gruppenphase Gegen Costa Rica Zack Nämlich Timo Werner Macht das Tor Timo Werner Ich glaube Unser bester Torschütze Der Top Torjäger Bei Deutschland Und natürlich bitter Dass er in echt Nicht dabei ist Dass er sich da noch Kurz vor der WM Verletzt hat Richtig 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 bitter Aber ich würde sagen Hansi macht das schon Hansi Macht das schon So 1-0 Führung Ist erstmal natürlich Nice Aber 2-0 Führung Natürlich besser Und ihr wisst es ja 2-0 ist auch bekanntlich Das gefährlichste Ergebnis Hehe So komm Mach ihn weg Mach ihn weg Mach ihn weg Mach ihn weg Ey Ihr müsst mich grad sehen Aber die Facecam ist aus Ähm Ich hab grad ne A Hab ich ne Krawatte B Was schweißt denn hier Dejan Lovren Bitteschön für ein Tor ein Dejan Lovren Mit so einem Tor Mit so einem Abschluss Ein Innenverteidiger Bei mir macht nicht mal Werner so ein Ding Jetzt geht doch doch mal Lang Goretzka Schön gespielt Schön gespielt Boah Das ist ein Traumfußball Also das war wirklich Ein super 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 Vorstoß Ein super Angriff Über die rechte Seite Alles perfekt angekommen Hier nochmal Goretzka In die Mitte Dann grätscht Werner rein Das ist was Ein schönes Traumtor Das war einfach ein Traumtor Und wieder Mal Hat es Timo Werner Erledigt Timo Werner Mit dem Türchen Timo Abi Timo Abi Hey Hey Timo Abi Timo Abi Hey Hey Und somit ist es Wieder die Führung Hier Zack Nach vorne Und wieso pfeift der denn ab Zwei Minuten Nachspielzeit Hätte doch noch laufen lassen können Der Esel Mann ey Ja 2-1 Ich will mich nicht Auf ein 2-1 verlassen Ich möchte mich Nicht auf ein 2-1 verlassen So 2 Tore Abstand Wäre schon cool So Serge Ja Aber so nicht Und jetzt werde ich getunnelt Oh wer war denn das Ich glaube Sané Muss den Kasten ausgeben Das ist ein schöner Pass Aber was macht denn Sané da Naja Müller Wenn Müller jetzt gleich reinkommt Ist es gut Und dafür muss der Ball Auf ins Ausgehen Und jetzt geht er picked out U те Es war Das war eine schnelle Auswechslung Na vielleicht macht der Müller Nochmal 1 Unser Tomas M-m-m-m-m Muller M-m-m-m-m M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. -m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Nein, wenn ich jetzt schon so einen Struggle habe gegen Kroatien, was soll das gegen Brasilien werden, Junge? Help! Kimmich, setz dich doch durch da. Sergen Abri macht das hinten. Sergen Abri klärt das hinten. Zack, zack. Der Ballverlust hat wehgetan, ich sag's euch ehrlich. Und jetzt kommt David Raum nicht hinterher. Hört auf, nein, 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 nicht so spät, nicht so spät. Eckball. Eckball Kroatien und die haben da Brecher hinten drin. Wenn ich da schon wieder Dejan Lovren in der Mitte sehe, krieg ich jetzt schon wieder ne Krawatte. Boah. Ein Glück kam der nicht, da war wieder Dejan Lovren. Da war er wieder, aber da muss doch einer mitkommen, ich kann doch nicht mit Werner hier alleine gehen. Doch kann ich schon, ja, aber... Wenn da einer mitkommt, wär's doch sinniger. Also, dann muss ich halt so spielen. Zack. Jetzt links raus, jetzt links raus, jetzt links raus. Schön. Und jetzt ne schöne Flanke auf Timo. Werner, der nicht zum Kopf verkommt, aber es müsste reichen. Schiri. Nimm die Pfeife in den Mund. Nimm die Pfeife in den Mund. 2 zu 1, wir stehen im Viertelfinale. Der WM 2022. Let's go, Junge. Gegen wen müssen wir ran? Gegen wen müssen wir ran? Das nächste Spiel... Das Viertelfinale gibt's dann logischerweise in der nächsten 20 Uhr Folge. In der nächsten FIFA Mobile Folge. Und wir müssen, es war so klar, gegen Brasilien, die 3-0 gewonnen haben. Wenn wir gegen Brasilien... Alter, was sind das für Mannschaften hier noch, ne? Argentinien, Niederlande. Viertelfinale 1. Viertelfinale 2 sind wir. Deutschland, Brasilien. Viertelfinale 3. England gegen Frankreich. Viertelfinale 4 einfach. Spanien gegen Portugal. Leckt mich am Arsch. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Und tschüssi, Kowski. Tschüssi, Kowski.